Achtung, Werks-Elf, der Werks-Klub muss vor einer Premier League-Attacke auf gleich sechs Profis fürchten. Ist das true or not true? Das ist true. Ja, Eier Leverkusen. Die haben gute Spieler und deshalb steht ein ganzes Sext-Head bei Premier League-Klubs auf dem Zettel. Und die Interessenten sind alle sehr finanzstark. Zum einen der FC Arsenal, der hat Diaby im Auge und auch den Verteidiger Tabsoba. Überhaupt in der Verteidigung, da könnten einige wegbrechen, wenn die Engländer ernst machen. Flingpong, der ist mit United in Kontakt gewesen. Schon im Winter gab es eine lose Anfrage, wie wir berichtet haben. Im Sommer sollte es wieder heiß werden. Dann neben Tabsoba, Flingpong, gibt es ja auch noch Hinkapi. Der hat zwar erst verlängert, aber Newcastle United hat ihn weiterhin auf dem Zettel. Und mit Tah noch ein Verteidiger, muss man sagen. Der hat zwar noch keine Angebote, allerdings ist er selbst sehr an einem Wechsel auf die Insel interessiert und hat eine Ausschicksklausel, die das möglich machen könnte. Also müssen wir mal abwarten, wie Leverkusen seine Spieler bei Laune hält oder vielleicht den einen oder anderen sogar selbst verkaufen will.